hallo ihr lieben so heute habe ich was neues ich muss dazu sagen dass ich material noch nicht ganz begriffen habe ihr seht aber schon dass es epoxidharz wieder da hatte ich noch andere projekte was hier vorne steht ich glaube das hatte ich euch schon hochgeladen hat wenn ich mich richtig daran erinnert da ging es um so ein tablett wo ich den namen mit reingemacht hatte genau und hier geht es jetzt aber heute um eine seitenschale und da habe ich das von etta art gibt es so ein paar tropfen die sollen so zellenbildung machen wie gesagt ich glaube ich habe das material noch nicht komplett begriffen ich werde es also noch mehr ausprobieren müssen damit ich irgendwo ein gefühl für habe und ich hatte mit etta art schon mal geschrieben gehabt und ist jetzt ein paar tage schon her da hatte ich gefragt ob was ich falsch gemacht habe und wahrscheinlich liegt der sache an der form dieses neue material ist nicht viel zum beispiel so eine seifenschale sondern wahrscheinlich eher für ein untersetzer oder für ein tablett geeignet und also das werde ich dann wahrscheinlich jetzt demnächst noch mal ausprobieren und aber ich wollte euch das ergebnis trotzdem nicht vorenthalten und das einfach weil ich es trotzdem sehr sehr schön geworden finde hier nehme ich wie immer mein resin vor dekor für mich persönlich immer noch das beste bei mir funktioniert sehr gut ich hatte jetzt letztens war eine sorte von der firma wo ich das gefühl hatte da glaube ich habe ich echt mit zu tun weil das sehr sehr dick und zäh ist und das ist aber auch relativ neu noch auf dem markt und dementsprechend glaube ich brauche ich da einfach auch noch einen moment um das zu gucken aber ich glaube mit dieser konsistenz kann ich zum beispiel auch noch ganz andere effekte zum beispiel machen es gibt ja manchmal so auch andere resin künstler die das zum beispiel so eine blumen mitmachen und ich glaube damit habe ich wahrscheinlich sogar eine chance dass dann auch so hin zu bekommen weil da einfach schon viel mehr das ganze eben fester ist als jetzt mit dem was ich jetzt gerade nutze also ich gucke mal ob ich euch da dann so ein unterschied zeige wo ich unterschiedliche harze nehme und eigentlich das gleiche dann zum beispiel ein untersetzer mache also ich hoffe was ich gerade gemeint habe und genau also dementsprechend während ich jetzt da gerade rühr kann ich noch mal darauf hinweisen epoxidharz ist nicht ganz einfach man sollte auf vieles achten man sollte auf jeden fall immer handschuhe tragen man sollte eine maske tragen es gibt zwar auch harze wo zum beispiel das ganze nicht ganz also nicht gesundheitsschädlich laut verpackung sein soll ich würde es aber immer aus der sicherheit heraus immer machen eine maske tragen in jedem fall immer gut gelüftet haben den raum damit das dann eben dementsprechend zu keinen schädigungen kommt wie gesagt die handschuhe sehr wichtig ich glaube wer durch zufall mal an so einen harz ran gekommen ist der weiß das klebt das kann zu allergischen reaktionen führen und dementsprechend bitte bitte immer aufpassen ansonsten es gibt immer noch unterschiede es gibt bei den farben zum beispiel pulver und es gibt pasten dann gibt es noch die alkohol inkfarben ich für persönlich finde alle haben ihren reiz mit pasten tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer da taste ich mich jetzt gerade noch ein bisschen weil das anders ist ich weiß gar nicht wie man es beschreiben soll es kommen andere effekte so ein stück weit raus und dadurch da brauche ich glaube ich noch so ein gewisses händchen für was ich da am besten mit mache im moment habe ich es immer so frei schnauze gemacht und habe einfach pulver und pasten zusammen genutzt und aber wie gesagt das ist noch gewöhnungsbedürftig ich mache es war schon relativ lange da ist aber nicht hauptberuflich mache logischerweise ich habe einen anderen hauptberuf und falls es jemand interessiert ich bin personal sachbearbeiter und das schon seit ein paar jahren bin da durch zufäll reingerutscht und ich gucke ich mal ob ich da noch mal es gibt jetzt so im moment den trend zu sagen ich beantworte jedes jahr mal die gleichen fragen vielleicht überlege ich mir da einfach ein paar fragen falls ihr vielleicht auch fragen habt direkt dann schreibt mir die gerne mal rein dann gucke ich mal ob ich die irgendwie mache diese videoreihe ich fand es immer recht spannend und ja ja hier mache ich es jetzt mit blau ich habe so ein blau weiß was ich jetzt nutze ich finde die farb kommen immer sehr nett aufgrund dessen weil ich mag das halt zum beispiel auch es gibt ja so bäder farben also also fürs bad irgendwo gerade wenn es jetzt eben so eine seifenschale ist finde ich so ein blau immer ich bin so der maritime typ wo ich halb blau wirklich echt schön finde und dadurch hatte ich war das für mich die optimale erste kombination die man für so eine seifenschale glaube ich am besten nutzt ich selbst habt aktuell eine seifenschale mit alkohol inkfarben als material gemacht weil ich eben die alkohol inkfarben effekte einfach wunder wunderschön finde und so spannend was da immer rauskommt ich habe mehrere sachen mit den alkohol inkfarben ich habe auch untersetzer bei mir rumstehen und ja ja hier das ist das resi belast tschuldigung ich muss dußen irgendwie heute so ein bisschen noch müde in der stimme falls ihr das hört aber eigentlich bin ich wach ja das ganze habe ich jetzt ein paar tropfen reingemacht und umgerührt aber wie gesagt so ganz bin ich noch nicht reingekommen aber ich mache es noch mal damit ihr dann gleich noch mal einen schönen vergleich halt auch sieht dass es vielleicht auch schöner aussieht ich freue mich ja immer total über diese zellbildung das ist wie bei dem acrylic puring da kommen ja auch die zellen die funktionieren bei mir auch immer nicht hundertprozentig woran auch immer es liegt aber ich freue mich über diese zelle die dann da immer entsteht wenn ich das ganze mache mit dem silikon öl und dadurch habe ich natürlich hier auch aufgehofft eigentlich dass dies dann auch passiert aber so schön sind die zellen leider nicht geworden aber ich finde es trotzdem sehr sehr schön geworden aber ich bin gespannt wie gefällt euch das ergebnis dann wenn es gleich ich zeige es euch gleich und dementsprechend ja genau während ich jetzt hier auch noch so schön vor mich hin laber wir sind aktuell ich weiß immer nicht es gehen ja auch immer mal welche aktuell 440 abonnenten vielen vielen dank ich freue mich immer sehr wer jetzt dazu gekommen ist ich freue mich auch sehr weil ich ja viele zu ganz zu anfang immer nur musikvideos hochgeladen habe dass aktuell einfach auch die musikvideos sehr gerne geschaut werden und aber eben halt meine bastelvideos auch und ich glaube ich habe da für mich jetzt so auf jeden fall meine beiden sparten wo ich mich glaube ich zu hause fühle und freue mich da immer sehr drüber wenn zeit geschaut wird und wie sage ich immer so schön es sind erinnerungen die ich schaffe und ich freue mich dann eben wenn andere daran teilhaben möchten was ich mir da so mit filme und einfach später immer mit drauf zurückgreifen darf und genau also dementsprechend wer noch nicht dabei ist wer durch zufall jetzt da ist darf gerne ein abo da lassen ich freue mich auch über den daumen nach oben oder über einen kommentar falls ihr irgendwie fragen habt was ich euch gerne zeigen darf noch wo ich mich vielleicht selber auch noch mal ausprobieren darf gerne bescheid sagen ich hatte jetzt noch was wo ich noch mal kerzen gießen werde weil ich aber da erst noch mal schauen muss wie es am besten dann geht weil da sind mir auch immer kleine fehler auch passiert und genau ja das trocknet jetzt oder härtet aus 24 stunden sollte man auf jeden fall warten bis man es rausholt außer man möchte was anderes noch damit machen da gehe ich aber später mal drauf ein in einem anderen video und da zeige ich euch dann noch mal wenn man es eher rausholt wie man es dann noch verformen kann was für möglichkeiten das da noch so gibt und ja und hier seht ihr jetzt gleich das ergebnis während ich schon auspacke weil das meistens dann immer so schon so schnell geht sag ich schon danke fürs schauen ich freue mich wenn ihr wieder da seit nächste woche sonntag und wenn ihr dann auch das video schaut und wünsche euch auf jeden fall einen schönen sonntag und ich hoffe bis bald auf jeden fall und genießt jetzt das fertige ergebnis bis dann tschüss bis bald 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 Vielen Dank.